3 natürliche Heilmittel gegen Muskelschmerzen Rosmarinöl ist sehr wirksam, um Verspannungen zu lösen, die Durchblutung zu aktivieren und Entzündungen zu reduzieren. Die Kombination mit Magnesiumsulfat ist ausgezeichnet für ein entspannendes Bad. Muskelschmerzen treten sehr häufig auf, wobei Bänder, Sehnen und Gelenke oft ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden. Ursache für die Muskelschmerzen ist meist eine Überlastung. Verspannung durch Stress oder unangebrachte Körperhaltungen oder langes Verweilen in derselben Position sind ausschlaggebende Faktoren. Treten die Schmerzen verstärkt auf und sind kontinuierlich, so dass der Alltag stark beeinträchtigt wird, könnte es sich um Fibromyalgie handeln. Unabhängig von den Ursachen solltest du einen Arzt aufsuchen, der eine korrekte Diagnose stellen und eine Behandlung einleiten kann. Zusätzlich können folgende drei Heilmittelbeschwerden lindern. Apfelessig Apfelessig ist in fast jeder Küche zu finden. Er enthält viel Kalium und andere wertvolle Wirkstoffe, welche die Muskeln entspannen, deshalb kann Apfelessig auch zur Linderung von Muskelschmerzen verwendet werden. Zutaten Nimm 200 ml Wasser 50 ml Apfelessig 5 g grobes Salzutensilien Baumwolltuch oder Handschuh Zubereitung und Anwendung Erwärme das Wasser, bis es eine angenehme Temperatur für deine Haut erreicht und gib es in eine Schüssel. Gib den Essig in eine andere Schüssel. Befeuchte nun mit Hilfe des Tuches den schmerzenden Bereich mit dem warmen Wasser und trage danach den Apfelessig auf. Anschließend wird das Salz aufgetragen. Das Ziel ist, eine reaktivierende Massage durchzuführen, indem zuerst das warme Wasser, danach Essig und abschließend Salz aufgetragen werden. Du wirst sofortige Linderung verspüren. Rosaminöl und Magnesiumsulfat Magnesiumsulfat dient zur Muskelentspannung und kann mit einem warmen Bad sehr hilfreich sein. Die Kombination von Magnesiumsulfat mit Rosaminöl wirkt ausgezeichnet bei Muskelentzündungen, zur Verbesserung der Durchblutung und zur Entspannung der kritischen Zonen, die sich meist am Nacken und Rücken befinden. Magnesiumsulfat und Rosaminöl werden von der Haut schnell aufgenommen, sodass alle Muskelgruppen schnelle Entspannung verspüren. Bereite damit dieses einfache Heilmittel zu. Zubereitung Fülle die Badewanne mit warmem Wasser. Gib 200 Gramm Magnesiumsulfat, 5 Rosmarinzweige oder 20 Tropfen Rosmarinöl hinzu. Genieße dieses Entspannungsbad. Nach 20 Minuten wirst du eine große Linderung der betroffenen Muskeln bemerken. Therapiekissen Warme Therapiekissen, die mit Gewürzen, Samen oder anderen natürlichen Produkten gefüllt sind, haben sich schon seit langem zur Behandlung von Muskelschmerzen bewährt. Warme Pfefferkörner, Sesam oder Zimt und Lavendel sind natürliche Relaxantien, die die Entzündung und Beschwerden verringern können. Du benötigst 1 mittelgroßes Baumwollsäckchen, 100 Gramm Pfefferkörner, 50 Gramm Sesam, 100 Gramm Buchweizen, 100 Gramm Kichererbsen, Zimt, Lavendel. Zubereitung und Anwendung Vermische alle Produkte im Säckchen und verschließe dieses, indem du die Öffnung zunäßt, damit keine Körner herausfallen. Bei Muskelschmerzen wird dieses Säckchen in der Mikrowelle erwärmt und auf die betroffene Zone gelegt. Das Resultat dieses einfachen Heilmittels ist sofort zu spüren. Therapiekissen können auch bei Menstruationsbeschwerden oder anderen Schmerzen verwendet werden. Einfach erwärmen und auf die betroffene Zone legen. Wenn du dieses Kissen nicht selbst herstellen möchtest, findest du auf dem Markt viele Arten von Therapiekissen, wie Z.B., Kirschkernkissen, Samenkissen und so weiter.